Nachdenkseiten Die kritische Website Was Sie schon immer mal über Verixungen wissen wollten Verantwortlich Redaktion Verschwörungspraxen, Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien Wolf Wetzel wirft für die Nachdenkseiten einen spannenden zeitweiligen Blick auf Verschwörungen und verbindet dies mit dem NSU-VS-Komplex dem skandalösen Dickicht aus Verfassungsschutz, Ermittlungsbehörden und Politik im Umfeld der rechtsextremen NSU-Morde Teil 1 Beginnen wir entspannt mit einem Quiz Ich präsentiere Ihnen mehrere Ereignisse, die sich in Deutschland abgespielt haben könnten und Sie müssen sich entscheiden, welches Ereignis war, welches erfunden wurde Testfrage 1 Ein Förster in Norddeutschland sorgte sich nicht nur um den Wald, sondern auch um über 30 Erddepots, die mit Sprengstoff, Handgranaten und Panzerfäusten gefüllt waren Er wurde festgenommen und erhängte sich in der Haftzelle, nachdem er seine Bereitschaft kundgetan hatte, die Namen der Hintermänner preiszugeben Testfrage 2 Ein großes Loch wird in die Mauer einer Justizvollzugsanstalt, im Volksmund auch Knast genannt, gesprengt Ausgeführt wird dieser Anschlag von Agenten des Geheimdienstes Kurze Zeit später verkünden Polizei und Presse, dass es sich sehr mutmaßlich um einen Anschlag von Sympathisanten der RAF, der Roten Armee Fraktion, gehandelt hat, um so inhaftierten Mitgliedern die Flucht zu ermöglichen Dieser staatseigene Anschlag bekam den weitblickenden Namen Operation Neuland und sollte V-Leute als Befreier in die RAF bzw. in ihr Umfeld einschleusen Testfrage 3 Die Türme der Frauenkirche in München behargen nicht nur wunderbar klingende Glocken und einsame Engel Der deutsche Geheimdienst muss nicht alles alleine und selbst machen Er greift auch auf Privatagenten zurück Einer der Besten nimmt Auftrage von Geheimdiensten, Regierungen und Konzernen entgegen Um die Anonymität der Auftraggeber zu garantieren und Rechtsvorschriften nicht zu belästigen werden im Zusammenspiel mit Banken und Rechtskanzleien geheime Konten angelegt um die Finanzierung von Operationen reibungs- und spurenlos zu gewährleisten Testfrage 5 Ein V-Mann des Inlandsgeheimdienstes gründete im beschaulichen Schwabenland eine Zweigstelle des rassistischen Geheimbundes Ku Klux Klan der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten den Rassenkrieg propagiert Als bekannter Nazi-Gänger und nun auch Grand Dragon fand er auf Anhieb so viele vom Rassenkrieg verbundene Polizisten dass er eine eigene Sektion, Chapter, hätte aufmachen können damit Polizisten in ihrer Freizeit das fortsetzen können, was sie in ihrem Beruf antreibt Diese Methode hat die klebrige Bezeichnung Honigtopf Das Ergebnis dieses Quiz wird am Ende dieses Beitrags bekannt gegeben In den letzten Jahren hat das Wort Verschwörungstheorie Hochkonjunktur Man muss den Inhalt, den Begriff nicht verstanden haben, um zu wissen dass mit diesem Wort ein rotes Abschirmband gezogen werden soll das die Funktion einer Bannmeile erfüllt Bitte fernhalten, betreten verboten Wenn dieses Wort fällt, ducken sich im Normalfall viele weg die nicht in der Gemeinschaftszelle für Narren landen möchten Diese Affekte sind gewollt, denn das Wort selbst gibt das nicht her Der NSU-VS-Komplex Zitat Eine Verschwörungstheorie ist es, wenn man wie der Generalbundesanwalt sagt es waren drei und sonst niemand Das hat mit der Realität nichts zu tun Ich habe mal an der Richterakademie ein Referat gehalten und hatte beim Abendessen noch ein Gespräch mit Beteiligten Da wurde mir gesagt Tja, wenn wir die V-Leute im NSU-Prozess zum Thema machen dann ist das ein Fass ohne Boden Zitat Ende Professor Hajo Funke Junge Welt vom 18.07.2015 Allein im Kontext der NSU-Morde der unzähligen Pannen bei der Verfolgung und Aufklärung fliegt einem das Wort Verschwörungstheorie nur so um die Ohren Das Magazin Der Spiegel 3.2015 hat gar einen Virus im NSU-Prozess entdeckt der den Namen Verschwörungstheorie trägt Das Magazin widmete sich dem Mord in Kassel 2006, der dem NSU zugeschrieben wird Mit zwei Schüssen in den Kopf wurde der Internet-Kaffee-Besitzer ermordet Zur Tatzeit war der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme anwesend Ein Geheimdienstmann, der in seiner Jugend Klein Adolf gerufen wurde und im Beruf Neonazis als V-Leute betreute Er verlässt kurz nach dem Mord seinen Internetplatz sieht den blutüberströmten Internet-Kaffee-Besitzer nicht hinter seinem Tisch liegen legt ein Geldstück auf den blutverspritzten Tisch ohne sich das Geringste dabei zu denken und verliert mit Verlassen des Tatorts jede Erinnerung daran, dass er dort war Die Polizei ermittelt ihn dennoch und führt ihn wenig später als Tatverdächtigen Seine Telefonanschlüsse wurden abgehört, man observierte ihn Man observierte sein Tun, wie er sich unter anderem mit Vorgesetzten auf einer Raststätte traf In einem dieser abgehörten Telefonate äußerte sich der Geheimschutzbeauftragte des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, LFV, wie folgt Zitat Ich sage ja jedem, wenn er weiß, dass irgendwo sowas passiert, bitte nicht vorbeifahren Zitat Ende Dass das alles zusammengenommen eine Indizienkette ergibt, die für fünf Anklagen reicht während der belastendste Beweis für die Täterschaft der beiden NSU-Mitglieder der ist dass es keine Spuren, keine Zeugen, keine Indizien am Tatort gibt findet das Magazin an den Haaren herbeigezogen, völlig aus der Luft gegriffen also ein Fest für jeden, der Zitat Und das Magazin für Bewusstseinspflege dreht weiter mächtig am Rad, wenn Prozessbeobachter der Serie von Falschaussagen, Beseitigungen von Akten und Manipulation von Tatorten eine Absicht unterstellen und macht daraus Komplottgespinste Man kann diese Art verspiegelter Aufklärung auch so zusammenfassen Zitat Da wir nur diese Schatten sehen können, halten wir sie für die wahrhafte Wirklichkeit Was würde nun passieren, fragt Platon, wenn einer der Insassen den Höhlenausgang entdecken und entfliehen könnte Die Sonne würde seine Augen zuerst blenden, aber dann könnte er die eigentliche Welt erkennen und die Technik der von diesen Gauknern produzierten Schattenbilder verstehen Wenn er dann aber zurück in die Höhle ginge, um seine einstigen Mitinsassen über das Trugbild aufzuklären, dem sie aufgesessen sind, was würde geschehen? Man würde ihn auslachen und sagen, er hätte von dort oben verdorbene Augen mitgebracht und es gebe keinen Anlass, die Höhle zu verlassen Wenn er sie nun befreien und hinauf ans Licht führen wollte, was würden sie tun? Wenn sie seiner Habhaft werden, würden sie ihn wirklich umbringen, ganz gewiss, heißt es dann bei Platon Zitat Ende Platons Höhengleichnis nach Matthias Bröckers Verschwörungstheorien Verschwörungstheorien sind zuallererst keine Fantasien, sondern die notwendige Organisationsform für Handlungen, deren Ankündigung und offene Durchführung ein solches Vorhaben verhindern könnte und oder strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen würde Sie werden also notwendigerweise konspirativ geplant und gegenüber Außenstehenden abgeschottet Der Kreis der Eingeweihten ist nicht beliebig, sondern auf das Notwendigste eingegrenzt Zum Schutz des Vorhabens vermeidet man Spuren und belastende Indizien Da die Eingeweihten in aller Regel die Existenz dieser Organisation, Operation und ihre Teilnahme daran leugnen werden, ist ihre Aufdeckung alles andere als leicht Zitat 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 Ende Zeit.de vom 17. Juni 2013 Eine Theorie über Verschwörungen zu entwickeln bedeutet also, sich Begriffe und Merkmale zu erarbeiten, die eine Verschwörung definieren helfen Dazu braucht man keine Fantasie, sondern Akribi, die noch vorhandenen Beweismittel zusammenzutragen, um sie wie ein Puzzle aneinander zu legen Zwischen einer Verschwörung und ihrer offiziellen Aufdeckung liegt demzufolge kein Niemandsland, sondern die Theorie Verschwörungen Staufenberg-Attentat auf Hitler 1944 Die Invasion in der Schweinebucht Kuba 1963 Mordanschlag auf John F. Kennedy 1963 können sich gegen den eigenen oder einen anderen Staat richten Sie können aber auch von staatlichen Institutionen selbst ins Leben gerufen sein, wenn die amtierende Regierung etwas unbedingt durchsetzen will, aber sich weder der parlamentarischen Zustimmung, einschließlich der Kontrollgremien, noch der Zustimmung innerhalb der Bevölkerung sicher ist Als Beispiele gelten dafür der tiefe Staat in der Türkei und die Gladio-Strukturen, die auch als Stay-Behind-Armeen bezeichnet werden In der Organisationssoziologie spricht man in diesem Zusammenhang von brauchbarer Illegalität Wenn man von diesen Realitäten ausgeht, sind Verschwörungen ohne jede Blutdruckerhöhung durch eine spezifische Form der konspirativen, nach außen hin abgeschotteten Organisationsstruktur gekennzeichnet Verschwörungstheorien sind also keine brodelnden Küchenherde, wo Fantasien zusammengehext und gemixt werden, sondern Theorien, die sich bemühen, Strukturen, Handlungen und Intentionen einer solchen Verschwörung so nahe wie möglich abzubilden Theorien zu angenommenen und vermuteten Verschwörungen haben sachbedingt keine offenen Archive und herumliegenden Beweise Sie müssen auf unterschiedliche Weise deren Deckung, Geheimhaltung und offizielle Leugnung umgehend durchbrechen und überwinden Die einfachste und institutionalisierte ist, abzuwarten, bis die betreffende Regierung geheimgehaltene Dokumente freigibt Je nach Staatswohlwollen beträgt die Frist 10 bis 120 Jahre Dann bekommt auf einmal das, was jahrzehntelang eine blühende Verschwörungstheorie war, ein regierungsamtliches Gütesiegel, wie im Zusammenhang mit Gladio Wir werden später darauf zurückkommen So existiert in den USA ein Bürgerrecht, das die Regierung dazu verpflichtet, nach einer festgelegten Frist Akten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen Freedom of Information Act, FOIA Hierzu nur ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt geduldig zu warten, um ein weiteres Puzzle dazu zu gewinnen Der Mord an John F. Kennedy 1963 wühlte viele Menschen in den USA auf Fast noch mehr die Art der Aufklärung, das heißt in diesem Fall die Sabotage der Aufklärung Akten gehen in Flammen auf, Zeugen sterben oder widerrufen, Beweismittel verschwinden, sogar das Hirn des Präsidenten Bereits ein paar Jahre später glaubten fast die Hälfte der US-Bürger nicht an die Version eines kommunistischen Einzeltäters und halten das Ergebnis der Warren-Kommission für unglaubwürdig Dass bei diesen Vertuschungen nicht alles Zufall war, belegt unter anderem ein CIA-Dokument aus dem Jahr 1967, das zehn Jahre später freigegeben wurde Es hat den Betreff Countering Criticism of Warren Report Es führt aus, dass die Zweifel an der juristischen und politischen Aufklärung massiv seien Die Öffentlichkeit aufbringen, die Glaubwürdigkeit der Regierung und des Justizsystems erschüttern bis hin zu den Geheimdiensten, die darin involviert sind Um dem zu begegnen, schlägt der CIA Folgendes vor Das Ziel dieser Depesche ist es, Material zur Entgegnung und zur Diskreditierung der Ziele von Verschwörungstheorien zur Verfügung zu stellen Zweierlei ist an diesem Dokument wichtig Zum einen werden Zweifel, substanzielle Widersprüche zu Verschwörungstheorien zusammengestaucht Zum anderen belegt dieses Dokument, dass man zur Bekämpfung der Kritiker gezielte Diskreditierungen eingesetzt hat indem man die Personen unglaubwürdig zu machen versucht, um damit den Inhalt zu treffen Man kann auch ein gutes Stück weitergehen Wer vor Verschwörungstheorien wie vor einer Geisteskrankheit warnt tarnt vor allem seine eigenen kriminellen Handlungen und Ziele indem die Aufdeckung genau solcher Praktiken auf jede nur erdenkliche Weise diskreditiert werden soll Nun kann man das zusammenfügen, was bisher umstritten war Der damalige Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison hatte massive Zweifel am offiziellen Ermittlungsergebnis In seinem 1988 erschienenen Buch »Wer erschoss John F. Kennedy?« Auf der Spur der Mörder von Dallas führte er dazu aus, Zitat »Als ich versuchte, einige dieser überaus unangenehmen Zusammenhänge ans Licht zu rücken, fielen die Regierung der Vereinigten Staaten und die großen Medien über mich her, weil ich angedeutet hatte, Mitglieder unserer eigenen Geheimdienste hätten sich zur Ermordung des Präsidenten verschworen.« Man muss vorsichtshalber hinzufügen, dass dieser Bezirksstaatsanwalt alles nur kein Kommunist war. Wenn man ihn einordnen will, dann war er durch und durch ein Patriot seines Landes und seiner Verfassung. Er war einfach nur das, was man von einem Staatsanwalt erwartet. Er prüft und würdigt die Fakten und er unternimmt alles, um die Mordumstände, die zum Tod seines Präsidenten führten, aufzuklären. Das sollte eigentlich weder merkwürdig noch sonderhaft sein. Wohl genau deshalb wurde an ihm all das durchexerziert, was die CIA die Pesche angekündigt hatte. Man unterstellte ihm nicht nur besagte, eigennützige Motive, man setzte Spitzel auf ihn an und schleuste sie als vermeintliche Mitarbeiter in sein Team. Man verweigerte ihm Akten, man setzte seine Zeugen unter Druck, die er für seine Anklage aufrufen wollte. Man untersagte für die Anklage wichtigen Zeugen Aussagen zu machen. Das Ganze krönte man mit einem Korruptionsvorwurf, der fingiert war und in sich zusammenfiel. Dennoch förderten seine Ermittlungen bedeutsame Fakten zutage, die der Einzeltäterversion eklatant widersprechen. Zu den anderen Quellen gehören Fakten und Zeugnisse, die mit und ohne politische Intention zugespielt werden. Auch das passiert wahrscheinlich öfters, als man es verifizieren kann. Die Quelle kann dabei der jeweilige Geheimdienst, der, was zum Beispiel für die USA und die BRD belegt ist, über einen Pool an vertrauenswürdigen Zeitungen und Journalisten und Journalistinnen verfügt, denen das Material zugespielt wird. Es ist ein Geschäft für beide Seiten. Die Zeitung kann mit einem aufgedeckten Skandal ihr Renommee und ihre Auflage steigern und der Geheimdienst kann gezielt nationale Interessen bedienen. Viele sogenannte Leaks sind also gewollt und beabsichtigt. Es geht dabei darum, die eigentlich Verantwortlichen zu verschleiern. Zum Beispiel hatte der Geheimdienst der DDR einige wichtige Informationen zu Gladio gesammelt und diese dann aus der Hand fallen lassen. Oder der Geheimdienst lanciert geheime Informationen an die Öffentlichkeit, um eine andere Regierung zu diskreditieren, wie nach dem Terroranschlag in Manchester, England 2017. Der US-Geheimdienst hatte amerikanischen Medien geheime Ermittlungsergebnisse und Fotos vom Tatort, Zeit.de vom 26. Mai 2017 zugespielt. Ab und an gelangen aber auch geheime Unterlagen durch Insider an die Öffentlichkeit. Insider, die das, was sie machen und verheimlichen sollen, nicht mehr aushalten. Zu den wichtigsten Quellen, die Watergate-Affäre Anfang der 70er Jahre aufzuklären, zählte ein Insider, Mark Feld. Er war bis Juni 1973 stellvertretender Direktor des FBI und war mit den Fakten der Watergate-Ermittlungen aufs Engste vertraut und versorgte US-Zeitungen mit vielen Quellen und unterschlagenen Beweismitteln. Auch Edward Snowden gehört ganz sicher zu diesem sehr kleinen Personenkreis, der den Preis von Geheimnisverrat in Kauf genommen hat. Aber auch eine offizielle Version kann wichtige Hinweise liefern, wenn das damit belegte Geschehen so nicht stattgefunden haben kann, wenn man geschehensrelevante Lücken ausfindig machen kann, die die Plausibilität infrage stellen. Aber, und das überrascht im ersten Moment, sind auch gerade zufällig vernichtete Beweise auslesbar, gerade dann, wenn es sich meist bzw. ausschließlich um Beweismittel handelt, die der offiziellen Version widersprochen hätten, was einer behaupteten Zufälligkeit deutlich widerspricht. Man kann sich das wie einen Abdruck einer Weinflasche vorstellen, nachdem man sie als Beweismittel beseitigt hat. Letzter und wichtiger Ort für theoretische Sondierungen sind Beweismittel, die zwar aktenkundig sind, also vorliegen, aber für irrelevant und nicht zielführend erklärt wurden und aus der Beweisführung herausgeworfen wurden. Tatsächlich ist es in manchen Fällen möglich, dass die Leerstelle, die ein vernichtetes Beweisstück hinterlässt und die Beweismittel, die außer Acht gelassen wurden, zusammen einen Geschehensablauf rekonstruieren helfen, der signifikant besser belegt ist als die offizielle Version. Diese Möglichkeiten belegen, dass das Argument, Verschwörungen nachzuzeichnen, in Umrissen kenntlich zu machen, können nur pure Spekulationen sein, also Kaffeesatzleserei, vorgeschoben und unhaltbar ist. Dass auch Verschwörungstheorien fehlerhaft sind, Plausibilitätslücken aufweisen können, spricht für die Notwendigkeit der Überprüfbarkeit und nicht gegen die Notwendigkeit theoretischer Annahmen. Verschwörungsideologien Bevor ich auf die Wirklichkeit von Verschwörungen und dem Versuch, sie in einer Theorie abzubilden, zurückkomme, möchte ich das Paket Verschwörungstheorien aufschnüren. Unbestreitbar gibt es schlechte Verschwörungstheorien, denen die Aufdeckung von verdeckten Strukturen nicht gelingt. Etwas ganz anderes sind Verschwörungsideologien. Ideologien verstanden als notwendig falsches Bewusstsein. In diesen geht es nicht darum, die Wirklichkeit abzubilden, sondern diese zu verschleiern, indem Projektionen und Verblendungen für Wesens- beziehungsweise Strukturmerkmale ausgegeben werden. Die sicherlich bekannteste Verschwörungsideologie mit der historisch wohl längsten Tradition ist die über eine antisemitische Verschwörung. Da sie Wirklichkeitspartikel und vor allem aktuelle Herrschaftsinteressen aufnehmen muss, gibt es diese in den verschiedenen historischen Ausformungen. Sei es der religiöse christliche Anti-Judaismus, der den Judas als Verräter und den Geldjuden für alles Übel verantwortlich macht, bis hin zu der im deutschen Faschismus entwickelten Ideologie von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, die die Neurechten des Jetzt-Zeitalters an die Wall Street transzendieren. All diese historischen Akzentuierungen haben einen zentralen gemeinsamen Kern. Die antisemitische Verschwörungsideologie imaginiert eine omnipotente Macht, die im Verborgenen ihre Fäden zieht, die Wirtschaft, die Politik, unser ganzes Leben in der Hand hat. Was dem normalen Menschen verborgen bleibt, erkennt der Antisemitismus. Hinter dieser abstrakten Macht verbergen sich die Juden, die für Elend und Reichtum, für Schmutz und Glanz gleichermaßen verantwortlich gemacht werden. Es handelt sich um eine erfundene soziale Realität, um einen imaginierten Feind, der die wahren Herrschaftsverhältnisse auf den Kopf stellt und zugleich verteidigt, indem man in die Juden all das hineinprojiziert, was der Kapitalismus an Elend und Ausbeutung produziert. Er verortet die Macht dort, wo sie nicht ist. Der Antisemitismus lebt und gedeiht im Irrsinn. Er macht aus marginalisierten und diskriminierten Juden einen übermächtigen Feind, den man gefahrlos aus dem Weg räumen muss. Er ist damit ein Komplize der Herrschaft und nicht sein größter Feind. Diese antisemitische Verschwörungsideologie ist also das Gegenteil einer Analyse. Sie verblendet und verschleiert Herrschaftsverhältnisse und macht aus armen Schweinen Herrenmenschen. Semantische Umpolung Das Wort Verschwörungstheorie ist in seinem Gebrauch die Vernichtung seines eigentlichen Wortsinnes. Es transferiert etwas ins Reich weitschweifiger Fantasien und haltloser Spinnereien, was nichts weiter ist als eine notwendige Annäherung an Formen der Konspiration. Faktisch kontaminiert dieser umgedrehte Begriff den Aufdecker, den Untersuchenden und schützt das verdeckt Vorhandene durch ihre offizielle Leugnung. Der Wortgebrauch frisst den Wortsinn auf. Mit weniger Sprachphilosophie kann man das so erklären. In dieser Logik wäre auch die Wirtschaftstheorie eine Verschwörungstheorie, vor allem dann, wenn sie feststellt, dass das Wirtschaftsleben nicht von Gleichen, sondern von Klassen und Interessengegensätzen geprägt ist. Das Kapital von Karl Marx, eine der berühmtesten Verschwörungstheorien. Man sollte nicht zu früh über diesen Vergleich lachen. Die Nutznießer und Anteilseigner von Verschwörungen sind die lautesten Mahner vor Verschwörungstheorien. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.